Eine solide mechanische Sicherung von Fenstern und Türen ist die Basis eines jeden Einbruchschutzes. Am sichersten ist jedoch die Kombination aus Mechanik und Elektronik. Mechatonische Melder von ABUS hindern den Einbrecher nicht nur daran, ins Haus einzudringen, sondern alarmieren zudem auch noch Nachbarn oder eine Notrufleitstelle. In Verbindung mit ABUS Funkalarmanlagen überwachen die mechatronischen Melder sogar die Öffnungszustände von Fenstern und Türen. Damit vergessen Sie das Vorverlassen des Hauses nie mehr, diese zu schließen.